Was geht ab FC Bayern Fans? Willkommen auf dem besten FC Bayern Fan Kanal auf YouTube. Wir können uns beruhigen, ich kann mich beruhigen, Matis Tell Telekom trägt die Nummer 39 und du konntest entscheiden, welche Nummer du trägst und hast dich richtig entschieden. Du weißt ganz genau, warum du nicht die 9 genommen hast, ja? Gut gemacht, kein Druck, du bist jetzt ein ganz normaler Spieler, der hinter Gnabry und hinter Mane aufgebaut wird. Nicht ein Spieler, der mit der Nummer 9 jetzt auf den Rücken hier läuft und sich denkt, ey, da muss jetzt die Tore schießen und so. Nein, super, so, ein Druck weniger, Nummer 39. Ich weiß, viele sehen das nicht als Druck, sondern nur als Zahl, ich sehe das komplett anders. Super 39, ich glaube 38 Kramberg, 39 Tell, 40 Masraui, glaube ich, okay. Ein bisschen Reihenfolge reingebracht, kein Problem, alles stimmig, so. Spielen bald gegen Leipzig, ne? Dazu werde ich noch ein Video machen, was für eine Aufstellung ich machen würde und welche Formationen und so weiter für den FC Bayern. So, wird Mathis Tell eingewechselt oder nicht? Ich schwöre es euch, Nagelsmann hat nicht die Eier, aber ich kann es auch verstehen, weil er wird bestimmt unbedingt diesen Titel gewinnen, vor allem, er will unbedingt gegen Leipzig gewinnen, seinen Ex-Verein, das ist safe. Und ich schwöre, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er nach einem 3-0 Mathis Tell reinbringt oder so, ne? Sei es vielleicht mindestens in der 95. Minute, wo es dann eh nichts mehr bringt oder sowas. Aber, Bruder, ich würde schon gerne sehen, der kommt und spielt so 30 Minuten, so. Das wäre geil. Es wird safe nicht passieren. Wir können Wette abschließen, Jungs. Es wird nicht passieren. So sehr wir wollen und scheiß mal auf das Leipzig-Spiel allgemein jetzt, die Saison. Bitte lass ihn spielen. Bitte keiner ansagen, boah, wir machen das mit dem und das mit dem. Und er ist so glücklich und unterschreibt und dann spielt er nicht oder so. Und dann spielt er nicht und irgendwann sagt Nagelsmann im Interview, Ja, weil er hat mir jetzt nicht so gefallen, da muss der mehr Gas geben. Und, Bruder, dann rass dich aus. Genau gleiches Spiel wie bei Paul Wanner. Macht geiles Spiel gegen Gladbach und er kriegt direkt Profi-Vertrag und hat dann nicht mehr gespielt, Alter. Weil es heißt, er ist zu schlecht. Ne, und dann kommt die mit Mathis Tell am Ende, muss der für Bayern 2 spielen oder sowas. Ne, 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 das will ich nicht sehen, Nagelsmann. Wie am Anfang der Saison mit Nian Suu und so und dann immer den Interviews. Ja, ne, die sind mir zu unsicher und so. Mathis Tell so große Ansagen gemacht, egal wie er spielt, lass ihn spielen. Lass ihn seine Erfahrung machen. Soll er schlecht sein, aber lass ihn seine Erfahrung machen. Bitte lass ihn spielen, Nagelsmann. Das ist so ein Fakt, da kann ich Nagelsmann halt nicht so vertrauen, ne. Ich bin da eher so, der achtet so darauf, jetzt einfach alles sicher einzutüten, mit drei Punkten oder so, ist ja auch gut, aber lass die kleinen Jungs da ein bisschen spielen. So, letzte Saison, ne. Wir waren schon Meister. Sag mir bitte, sag mir bitte, stand jetzt, was hat es gebracht, als wir Meister waren, die ganzen Spieler wie Kimmich und so weiter 90 Minuten durchspielen zu lassen. Was hat das gebracht? Hättest du lieber diese ganzen jungen Spieler sogar von Anfang an von mir spielen lassen sollen? Wir waren eh schon Meister. Was hat es gebracht, als sie jetzt gespielt haben? Die jungen Spieler hatten nochmal geile Erfahrungen gesammelt. Bisschen Bundesliga gespielt, mal 90 Minuten oder so. Egal, egal, scheiß drauf. Also ich hab das gemacht, aber keine Ahnung. Egal. Deswegen hoffe ich, Matz ist hell. Lass ihn spielen. So sieht's aus. Was är das? dong. quantisch. Untertitelung des ZDF, 2020